Ein Muster, Kartoffelmuster für die Teraloge. Es wird ein Muster, Agria, Speisekartoffeln, gegraben, ausgemacht und so. Jetzt wird es gewaschen, in Stärke gemessen, Backtest gemacht und so weiter. Die Größe und Kaliber sind gemohlen. Unter 42 mm und über 42 mm Durchmesser und über 50 mm Durchmesser. 3 kg unter 42 mm Quadratmassen und 82 Stück. Die müssen noch wachsen. Jawohl, jetzt hat die Geräte, die Koffe, die machen da noch was. 4,50 kg und 42,50 mm. 2 kg und über 50 mm. Wir müssen schauen, ob du bist im Video. Ja, du machst alles mit dem Video. Yeah. Wann haben wir是 mit den Riesen-Mark KP2 immer noch geworfen. Ah, das ist das, was ihr aber noch von 100 Teilen geworsten. Wann hat es?